Hey, ich bin Linda und ich mache eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik bei Sanna im Benzheim. Sanna ist ein mittelständiges Unternehmen, das international agiert und sich gerade im Wachstumskurs befindet. Nach dem ersten Kennenlernen der Firma habe ich mich sofort wohl gefühlt und willkommen. Es geht nicht nur um die Ausbildung alleine, sondern auch um mich als Mensch. Der Ausbildungsberuf in der Lagerlogistik ist sehr vielseitig. Man hat verschiedene Aufgaben. Man sitzt nicht nur im Büro, sondern ist auch unterwegs im Lager in den anderen verschiedenen Lagern. Man fährt mit dem Stapler. Die Aufgaben fangen an beim Material bestellen, Annahme und Kontrolle, bei der Versorgung der Produktion und beim Zusammenstellen der Lieferung für unsere Kunden. Außerdem ist der Ausbildungsberuf in der Lagerlogistik sehr zukunftssicher, dass überall und immer Lager geben wird. Der Beruf ist die perfekte Balance zwischen Bürojob und handwerklichem Beruf. Man sitzt nicht nur im Büro, sondern ist auch auf dem Stapler unterwegs. Außerdem gefällt mir besonders die Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen, die netten Kollegen und die abwechslungsreichen Aufgaben.